Die Universität Straßburg ist die Universität der Stadt Straßburg im Elsass. Im Jahre 2009 zählte sie 42.000 Studenten. Geschichte Alte Universität Die Universität Straßburg ging aus dem protestantischen Gymnasium hervor, das Johannes Sturm 1538 gegründet hatte. 1566 wurde das Gymnasium in den Rang einer Akademie erhoben, 1621 in eine Universität und 1631 in eine königliche Universität verwandelt. 1681 wurde die Freie Reichsstadt Straßburg von Truppen des Sonnenkönigs eingenommen und somit den bereits von Frankreich durch den westfälischen, friedenerworbenen linksrheinischen Gebieten aus dem Kaiserreich vereint. Das Ancier-Regime hielt die Frage der Religion allerdings für wichtiger als die der Sprache, so dass es nicht zu entscheidenden Änderungen an der Universität kam, die Elsässer galten als deutsche Untertanen des Königs. Die Gegenreformation wurde zwar stark gefördert, doch wurden die Protestanten nicht verfolgt, um, wie auch auf sprachlichem Gebiet, eine reibungslosere Integration in das Königreich zu ermöglichen. Auch zu französischen Zeiten hatte die Universität noch prominente deutsche Studenten. Einer davon war Johann Wolfgang von Goethe, der hier 1771 Rechtswissenschaft studierte, nachdem sein Vater befunden hatte, dass er in Leipzig zu viel Zeit in Auerbachs Keller verbrachte. Die Vorlesungen fanden vor der Französischen Revolution noch in deutscher Sprache statt und natürlich in lateinischer. Georg Büchner begann hier 1831 sein Medizinstudium. Zu dieser Zeit, nach Revolution, napoleonischer und Restaurationszeit, waren insbesondere die Naturwissenschaften vollkommen in französischer Hand. Allenfalls in Theologie und Geisteswissenschaften blieb noch ein elsässischer und damit deutscher Einfluss. Kaiser Wilhelms Universität 1871 Nach der Niederlage Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg und der Abtretung des Elsass im Frieden von Frankfurt, wurde sie am 1. Mai 1872 als Deutsche Universität im Deutschen Reich neu gegründet und erhielt ihren Namen erst anlässlich ihres fünfjährigen Stiftungsfestes. Ein großer Teil der Bildungs-, Wirtschafts- und Verwaltungselite der Region verließ das Elsass, um in Frankreich zu bleiben, sodass viele Bereiche des öffentlichen Lebens und somit auch die Universität von Grund auf mit Material und Zuzug aus dem Altreich neu organisiert werden mussten und konnten. Bei der Belagerung und deutschen Bombardierung Straßburgs, der Stadt des Buchdrucks, war die städtische Bibliothek in der ehemaligen Dominikanerkirche getroffen worden und somit eine der größten und ältesten humanistischen Bibliotheken des gesamten Kontinents verbrannt. Diesen Verlust wollte man mit Buchspenden aus dem ganzen Reich ausgleichen, allein das preußische Staatsarchiv Königsberg überließ der Bibliothek. 70.000 Dubletten. Das führte dazu, dass die Bibliothek der Universität heute noch eine der größten und bestbestückten deutschsprachigen Bibliotheken ist. Nach dem Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 besetzte französisches Militär Ende November Straßburg Anfang Dezember untersagten französische Behörden den Universitätsbetrieb. Die 1872 deutschen Mitarbeiter und Professoren mussten die Kaiser Wilhelm Universität verlassen. Der Pharmakologe Oskar Schmiedeberg blieb als letzter bis zum Jahresende 1918. Insgesamt rund 200.000 Deutsche waren von dieser Umsiedelung im Elsass betroffen. In Deutschland wurde die Tradition der Universität Straßburg von der Universität Frankfurt am Main fortgeführt. Französische Universität am 22. November 1919 nach dem Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag, mit dem das Elsass und Straßburg wieder Teil Frankreichs geworden waren, nahm die französische Universität Straßburg den Betrieb offiziell auf der Lehrbetrieb wurde nunmehr vollständig auf Französisch umgestellt. Um Lucia Febvre und Marc Bloch entstand in dieser Zeit in Straßburg die Analys-Schule der Geschichtswissenschaft. Sie wurde nach Kriegsausbruch Anfang September 1939 nach Clermont-Ferrand evakuiert und dort mit Lehr- und Forschungsbetrieb unter gleichem Namen weitergeführt. Reichsuniversität Straßburg Nach dem Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland im Juni 1940 und der Besetzung des Elsass sowie von Teilen Frankreichs durch deutsche Truppen und Sicherheitskräfte wurde eine Zivilverwaltung für das Elsass eingerichtet. Der Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Robert Wagner, der zugleich auch als Reichsstadthalter für Baden agierte, ließ schon ab Juli 1940 Entwürfe und Planungen zur Gründung einer Universität in Straßburg erstellen. Eröffnet wurde die Reichsuniversität Straßburg mit einem Festakt am 23. November 1941 im Lichthof des Universitätshauptgebäudes. Französisches wie amerikanisches Militär rückten am 23. November 1944 in Straßburg ein, wobei die Universitätsangehörigen größtenteils flüchteten und damit der Universitätsbetrieb endgültig zum Erliegen kam. Offiziell wurde die Reichsuniversität erst am 18. Dezember 1944 auf Anordnung des Reichwissenschaftsministeriums nach Tübingen verlegt. Heute, nach 1945, kehrten die französischen Abteilungen der Universität nach Straßburg zurück. Die Universität Straßburg ist in der Europäischen Konföderation der Universitäten am Oberrhein mit der Universität Karlsruhe, der Universität Basel, der Universität des Oberelsass und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verbunden. Sie verfügt wegen der kirchenrechtlichen Sonderstellung vom ehemaligen Reichsland Elsass-Lothringen als einzige in Frankreich über zwei staatlich finanzierte theologische Fakultäten. In den 1970er Jahren wurde die Universität Straßburg dreigeteilt. Universite Louis Pasteur – Naturwissenschaften Universite Marc Bloch – Sprachen- und Geisteswissenschaften Universite Robert Schumann – Rechtpolitik und Sozialwissenschaften Die Universität Straßburg wurde am 1. Januar 2009 wieder gegründet als Vereinigung der Universität Louis Pasteur, der Universität Marc Bloch, der Universität Robert Schumann und des Instituts Universitaire de la Formation des METRE-Straßburg. Erster Präsident nach der Wiedervereinigung wurde der Pharmakologe Alain Berretz, vormaliger Leiter der Universite Louis Pasteur. Anfang 2009 zählte die Universite Unique de Straßburg 42.000 Studenten und 5.200 Angestellte. Studenten Michael Philipp Beuter Johann Michael Beuter Jakob Ludwig Beuter Karl Badili Heinrich Rudolf Riedecker Georg von Dassel Sternchen Markus Mappus Philipp Jakob Späner Franz Heinrich Höltig Hermann Adolf Meinders Johann Jakob Schmaus Franz Josef von Besnath Johann Wolfgang von Goethe Maximilian von Monschelas Clemens Wenzel-Lothar von Metternich Georg Büchner Charles Adolf E. Wurz Ernst Remack Emil Fischer Nobelpreis 1902 Friedrich von Moltke Albrecht Kossel Nobelpreis 1910 Paul Ehrlich Nobelpreis 1908 Albano von Jakobi Otto Lehmann Theo Bald von Bettmann-Hollweg Ottmar Zeidler Ewald Hilger Hugo Hergesell Max von Oppenheim Stefan Kekule Gustav Landauer Otto Löwy Nobelpreis 1936 Karl Schwarzschild Bernhard Averbeck Erwin Bauer Felix Lewandowski Max von Laue Nobelpreis 1914 Markus Krüßmann Herbert Stadler Otto Fritz Mayerhof Nobelpreis 1922 Robert Schumann Ernst Robert Körzius Friedrich Wilhelm Levy Max Mayer Emanuel Levinas Sergius Heitz Simon Günther Alberto Fujimori Katia Kraft Mauriz Erkraft Monsf Mazuki Asine Wenger Jean-Claude Juncker Lehrer Johannes Sturm Michael Beuter Nikolas Agar Kaspar Bitsch Johann Konrad Danhauer Markus Mappus Johann Daniel Schöpflein Johann Friedrich Lobstein Christoph Wilhelm von Koch Johann Herrmann Dominik Willer Issa Kaffner Johann Friedrich Lobstein Johann Georg Daniel Arnold Emil Kopp Louis Pasteur Adolf Kussmaul Emil Heitz Georg Albert Lücke Anton Debarri Wilhelm Alexander Freund Friedrich Daniel von Recklinghausen Adolf von Bayer Nobelpreis 1905 Oswald Schmiedeberg Gustav von Schmoller August Kunt Bernhard Naunen Friedrich Kohlrausch Karl Binding Heinrich Weber Georg Friedrich Knapp Paul Heinrich von Groth Lujo Brentano Wilhelm Röntgen Nobelpreis 1901 Harry Breslau Josef von Mehring Georg Dehio Karl Ferdinand Braun Nobelpreis 1909 Hans von Chiari Justus Carriere Ludwig Döderlein Julius Sment Georg Simmel Adolf Kraser Oskar Minkowski Eugene Müller Robert Wollenberg Andreas von Thur Fritz van Kalka Georg Tilinius Paul Labant Franz Weidenreich Albert Schweitzer Nobelpreis 1952 Martin Spahn Ernest S. Klingon Paul Romer Mauriz E. Neffrechet Hans Kniep Hermann Staudinger Nobelpreis 1953 Pierre Montet Marc Bloch Johannes Struh Karl Schmitt Beno Gutenberg André D'Anjon Henry Lefebvre Jean Cavallese Louis Neel Nobelpreis 1970 Henry Cartan Charles Mahler Paul Richeur André Neer Etienne Jua René Thome Fields Medaille 1958 Raymond Poidevin Martin Kaplos Nobelpreis 2013 Pierre Chambon Jean-Marie Lehn Nobelpreis 1987 Jean Elouzinosi Jean Elouzinosi Jean Elouzinosi James Jean Elouzinosi James Léxs Léxs Lehn